einen wunderschönen guten tag und willkommen zum project astra dominium ich fand das spannendes spiel bei ehrliches gaming ich habe die demo runtergeladen wir werden das ganze zusammen entdecken es ist ein tower defense spiel mit faktorio elementen wir spielen zusammen hier ein neues spiel es ist im ersten moment nahtenlos überfordert deswegen spielen wir das tutorial ob gesagt dass hier sieht hier eine fläche können wir später einen maschinenpark bauen der uns upgrades und so weiter erstellt eben für unsere türme die wir benutzen können in dem tower defense aspekt des spiels sammleressourcen auf dem planeten 3 bis 5 hier oben gehen wir rein wir sehen hier die karte bekommen 1000 exp wir bekommen stein kupfer iron also eisen kohle es ist noch nicht 100% übersetzt und wir sehen hier auf der rechten seite mit welcher wahrscheinlichkeit welche ressourcen droppen gerne nochmal feedback zum sound ob es zu leise oder zu laut ist und ja ich würde sagen dass das ja ja wir gehen mal rein hier gibt es diesen tun verteidigungs modus das ganze das gibt ich jetzt noch und wir sehen hier schon die gegner laufen dann ne umgekehrt die gegner spawnen hier und hier aus den höhlen laufen hier lang und versuchen unseren standort hier zu erreichen wir haben 20 leben und 300 gold haben aktuell nur den schießtower ist es noch gesperrt am anfang den schalten wir frei und sagen okay wir starten können das ganze schleunigen ich lasse einfach mal auf achtfach speed die kommen mir angerannt ich baue noch einen zweiten turm und upgrade den genau habe schon fünf leben verloren die trocken jetzt materialien und zwar eben alle was wir vorher gesehen haben und diese materialien brauchen ja dann unsere türme zu verbessern also es ist schon sehr interessant aufgebaut das ganze zwei aspekte des spiels hat aufbausimulation mit tor defense es wahrscheinlich auch zu strategien aber erst oft nur türme geht darauf eingeht und den aufbaut das ist genau so wir haben es im prinzip die runde gewonnen aber jetzt gibt es ein endlos modus und der endlos modus ist dann im prinzip da ressourcen zu kommen eben die standard ressourcen zu fahren jetzt würde ich den hier upgraden für 150 wenn wir das geld dann zusammen bekommen das wird knapp mehr nur noch leben natürlich sein dass wir nicht so viel weiter kommen aber wir haben schon ein paar ressourcen gesammelt der zweite teil des spiels wenn wir neue türme freischalten oder hat hier können wir noch equippen und so tür hat ein richtiges suchteskalationspotenzial ich weiß nicht ob wir die 205 zusammenkriegen jetzt test aber irgendwie muss es drauf gehen dass wir sagen dass wir sagen dass wir automatisch wenn wir gerne in die kommentare schreiben ich denke ich bin mir gut schwer an dass es mir geht ok und wir haben den radigan der war freigeschaltet das ist den wohlkönnen dann noch munition neue waffen also man schaltet am anfang sehr 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 viel shit frei der wird auch entsprechend sieht was wir zusammen gefarmt haben bekommen skill points dafür ressourcenpakete und 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 jetzt zurück zur basis und haben diese aufgabe eben erledigt bekommen jetzt weiter geht es mit tutorial verwenden sie die towerarme mit einem türme skill punkte zuzuweisen es gibt skill freeze für die türme wir haben aktuell wie gesagt nur den gun tower oder railgun tower die frage ist was von wem wollen wir am anfang upgraden am anfang mag ich den macht nicht gleich zu viel mehr damage aber ich glaube der cooldown von diesen regeln dauer ist steht das hier irgendwo neu laden acht sekunden der braucht zu lang am anfang auch sechs sekunden genau das heißt wir würden hier schaden erhöhen feuerrad erhöhen nachladzeit reduzieren bereiche erhöhen oder die kosten und ihr seht schon es gibt dann sehr komplexen skill bauen und nachdem welche richtung man geht wenn wir zum beispiel nach die zeit reduzieren schalte sich dieser weg hier frei ok ich würde am anfang sagen wir machen schnellere schießen und mehr damage wir können den skill tree hier auch zurücksetzen setzen den skill tree zurück ok wir bekommen alle punkte wieder das bleibt das aber bei dieser einstellung wir haben jetzt hier im questbuch die ersten achievements die uns auch ein skill tree bringen und auch hier dieser questbaum es ist schon sehr empfangreich was das alles angeht und jetzt kommen wir zum faktorio part sage ich mal und zwar wir uns solche ja schmelzsysteme zum beispiel aufbauen wir bekommen es auch erklärt schritt für schritt was wir machen müssen also zum einen genau sehen wir jetzt hier dieses raster hier unten im baumenü sehen wir alles was wir für das transport haben wir haben ja schon belt wir haben grabber die die ressourcen aufheben wir haben noch keinen split noch gar nichts hier freigeschaltet wir haben unsere ton die können ressourcen empfangen oder eben verschicken ans hafgebäude es gibt ein lagersystem dazwischen es gibt die schmelzen oder ein assembler das ist im prinzip die können bauteile zusammenführen also schmelze schmilzt mit eisen und führt das zusammen also assembler mit kohle und daraus wird dann stahl so ist das aufgebaut so und und genau ich gehe hier nochmal raus wir können auch alles im inventar basteln also wenn wir uns eine frachtkiste basteln wollten haben wir jetzt eisenbacher die können wir hier im inventar uns selbst erstellen das problem an der ganzen geschichte ist im inventar das ist hier echtzeit dauert das ultra lange deswegen versucht man sich halt mit maschinen auszuhelfen ähm genau deswegen gehen wir hin bauen uns jetzt einen requester wie es hier steht bauen sie einen chrono requester sondern das müsste der empfänger sein und wir sehen hier schon er hat so arme wenn man diese arme kann er eben die ressourcen nach links rechts vorne rausschicken wir können mit der mittleren maustaste das ganze drehen ich würde hier einmal ja den kann man ja auch für mehrere sachen benutzen hier eine requester hinbar weisen sie eine requester drohe ein eisenerz so genau also hier ist aktuell stein hinterlegt wir können hier sagen du sollst eisenerz liefern und zwar ich kann mir auch die menge sagen ähm wir haben aktuell zwölf drohen ich sag jetzt mal zwei drohen oder drei drohen wenn man zwei drohen soll sich darum kümmern hier dauerhaft eisen hinzubringen dann können wir eine schmelze bauen und wir sehen hier auch schon wieder die crab arme hier kommt die schmelze hin und sagen du sollst bitte eisenbarren schmelzen ne eisbarren jetzt fehlt uns eben noch der verbindungsweg zwischen dem requester und der schmelze und dafür sind diese crappers zuständig und dann sieht man auch in feilrichtung er holt jetzt aus dem lager und baut sie in den schmelzer ich frage ich gerade ob ich das hier beschleunigen kann sieht mir aktuell nicht so aus und jetzt seht ihr nehmt ihr das eisenerz in die schmelze in die schmelze macht daraus eisenbarren so und dann muss das wieder zurück zum lager das heißt wir nehmen hier einen trapper der das zum absender überschickt jetzt hab ich mich ein bisschen verhauen ich kann das ganze noch mal abreißen ich möchte den absender auf derselben höhe haben hier mit dem raster ist es noch ein bisschen fuddlisch jetzt gibt er das hier rein hier rüber und das ganze wird gebaut und hier kann man dann sagen ok du sollst eben das eisenerz mit zwei drohnen zurückschicken und schon haben wir eisenerz automatisiert und diese ketten sind halt ja so krass was man hier alles bauen kann so aeroprotokoll turmausrüstung genau man muss auch die turm upgraden das macht man ok das will dass ich das jetzt im inventar mache und hier können wir jetzt haben wir doch noch gar nichts was soll ich denn ausrüsten ok wir müssen das herstellen ich möchte jetzt kupfer produzieren manuell oder automatisch ich will das jetzt im inventar machen kurzerwahrung ich will jetzt über drei steck das muss man natürlich dann auch automatisieren ich will euch erstmal nur zeigen was das in dem spiel geht und ob ihr interesse daran habt munitionsstufe 1 app tier 1 da haben wir alles da das heißt wir können es einmal herstellen hat er das jetzt nicht gemacht oder was ist das hier kann auf jeden fall das jetzt hier ausrüsten das bringt mir piercing das bringt schaden zack ausgerüstet aber offensichtlich ist nicht das was er von mir möchte oh hier guck mal hier das können wir auch noch upgraden dafür brauchen halt jede menge Sachen das heißt automatisation ist hier key ich stelle gerade noch ein paar kupfer her was ich mir wünschen würde ist dass wenn wir hier im bau sind hier herum klicken können dass man angezeigt bekommt was für materialen den wir braucht wir brauchen hier noch eisenbauer nochmal welche kurz her und du bist hergestellt jetzt ist das was er von mir möchte genau okay dann war es das hier und wir rüsten das aus oh macht er eh damage das ist natürlich auch nett und auch die aufgabe hätten wir erledigt genau und wir haben weitere questbuch quests beendet das war hier erledigen und können jetzt Sachen zurück an die Erde schicken und dann wieder upgrades zu kaufen Ressourcen an die Erde sind hier diese Dinger diese 3 Ressourcen Pakete geht von selten bis legendär dafür bekommen wir halt hier oben die Chips im aktuellen FIA kommt für vier stück ein Chip den haben wir jetzt hier oben können uns damit Fabrik Upgrades kaufen Kampf Upgrades kaufen also das Skilltree ist ja Wahnsinn das hier finden würde ich gerne ganz am Anfang freischalten dafür brauchen wir allerdings sehr viel Ressourcen um die Drohnen freizuschalten damit die auch mehr tragen können und 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 ansonsten können wir aktuell das ist mal falsch übersetzt nehme ich an das müsste ich mir dann im englischen mal freischalten und zu gucken was genau sich hier verbirgt es gibt Kampf Verbesserung es gibt Fabrik Verbesserung ein bisschen muss man tingeln tangeln was sich natürlich am Anfang gewohnt ist das zu automatisieren dieses Ressourcen Paket und ich würde sagen das machen wir uns gemeinsam in der nächsten Folge bis dahin